Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Shima's Tutorials ist back am Start für euch mit einem neuen Upload hier auf YouTube. Was ist das Thema des heutigen Videos? Extrem, extrem simpel. Und zwar geht es darum, wenn ihr Probleme habt mit Verbindung, mit Ping, mit Server, mit Network, ich werde euch heute einige Methoden zeigen, um das Ganze in den Griff zu bekommen, um das Ganze zu beheben. Deshalb bleibt gerne bis zum Ende dran. Und das Ganze machen wir heute in Monster Hunter World. Bevor wir aber ins Video starten, würde ich mich natürlich riesigst darüber freuen, wenn ihr mir ein Abo, ein Like oder ein Kommentar da lässt. Nehmt euch die 1, 2, 3 Sekunden, minimiert das Video, stoppt das Video, pausiert das Video. Geht unten auf meinen Account, drückt auf Abonnieren. Ihr würdet mir wirklich extrem weiterhelfen, mein Projekt YouTube hier etwas pushen zu können, dass ich hier auch dranbleibe und mir extrem unter die Arme zu helfen. Das kostet euch nichts und mir würde es die Welt bedeuten. Deshalb nehmt euch die Zeit, macht das kurz und ja, ich bin happy. Ja, genug der Eigenwerbung, Eigenwerbung muss aber auch manchmal sein. Deshalb würde ich sagen, wir starten direkt ins Video rein. Haben wir ein derartiges Problem mit der Verbindung, mit dem Ping, mit dem Network, was auch immer. Es mag jetzt am Anfang relativ basic klingen, aber trotzdem will ich das abdecken, weil 50% der Probleme davon kommen von meinen Zuschauern. Und zwar hängt das teilweise nicht nur mit dem PC und dem Spiel zusammen, sondern einfach mit eurem Router, also mit eurem WLAN. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, die dabei reinfallen würden. Das eine ist, ihr geht einfach mal zum Router hin, lange auf den Ausschaltknopf drücken, 10 Minuten warten und wieder einschalten. Das kann, ihr vertraut mir, 50% der Probleme sind damit schon mal gelöst. Nächste Sache ist, wenn ihr nicht über WLAN mit eurem PC verbunden seid, sondern über Ethernet, das heißt über das Kabel, kann es sein, dass das Kabel kaputt ist. Das heißt, es leitet nicht mehr, es hat einen Wackelkontakt, was auch immer. Manchmal vertraut, das klingt jetzt komisch, aber ich habe schon öfter Probleme gelöst, indem ich einfach das LAN-Kabel genommen habe, das ja denselben Anschluss hat, einmal für den Anschluss an der Wand und einmal für eurem PC. Ihr switcht das einfach mal. Das, was vor einer Wand war, steckt in den PC und das, was vor einem PC war, steckt in die Wand. Und so habt ihr schon einen großen Teil abgedeckt, der in die Problematik reinfallen könnte, sage ich jetzt mal. Dann natürlich PC neu starten, schauen vielleicht, ob das Teil beim PC kaputt ist, könnte auch dazu reinfallen. Wenn nichts davon der Fall sein sollte, zeige ich euch jetzt ein paar Dinge, die ihr am PC an sich machen könnt, um das Ganze zu beheben. Gut, die erste Sache, die ich euch empfehlen würde, wäre, einfach mal in die rechte untere Ecke zu gehen, also dort, wo euer WLAN ist, sage ich jetzt mal. Ich habe das Ganze jetzt über Ethernet, wie ihr sehen könnt, über Netzwerk. Wenn ihr das über WLAN habt, habt ihr das hier. Schaut, ob ihr connected seid. Das wird natürlich auch einen riesen Unterschied machen, wenn ihr da unconnected oder nicht connected. Gut, nächste Sache ist, wir wollen auf unseren Taskmanager gehen. Das heißt, wir gehen auf unsere Taskleiste, die unten am PC ist oder halt je nachdem, wo ihr die habt. Ich habe die unten, rechtsklick, Taskmanager. Wenn ihr sich der mal geöffnet habt, will ich, dass ihr in die linke obere Ecke eures Bildschirms geht und einfach mal auf Performance drückt. Wie ihr sehen könnt, öffnet sich jetzt dieser Tab hier, der extrem überfordernd ausschaut, ist er aber nicht. Was ich jetzt machen werde, ist, ich will in die linke untere Ecke meines Bildschirmrandes gehen, wo dieses Resource Open, Resource Monit so steht. Im Blau, nicht zu verfehlen, ihr klickt da mal drauf. Jetzt öffnet sich dieser Bildschirm wahrscheinlich eher hier. Ich will, dass ihr aber auf Network geht, das heißt, auf das letzte Netzwerk. Klickt da drauf und wartet jetzt erstmal so 10, 20, 30 Sekunden. Hier passiert folgendes, und zwar wird jedes Programm reingeladen, was momentan euer Internet in irgendeiner Art und Weise, egal wie, egal wann, egal wo, beansprucht. Ihr seht das ja auch hier gerade in diesen Graphen. Hier werden die Programme reingeladen, das heißt, ihr wartet jetzt einmal ein bisschen. Sagen wir, es sind jetzt 30 Sekunden vergangen, sind alle Programme drinnen. Ich will, dass ihr jetzt rechtsklickt drauf macht und auf jedes, was nicht mit dem Spiel zu tun hat, einfach beenden, ausschalten, was auch immer, damit auch die meiste Performance auf euer Spiel geleitet werden kann, damit wir da auch nicht zurückkommen. Sind wir damit mal fertig, will ich, dass ihr den Task Manager schließt, den Resource Monitor schließt und die nächste Sache ist, ich will, dass ihr in die linke untere Ecke eures Bildschirmrandes geht, auf das Windows-Symbol drückt oder auf der Windows-Taste auf der Tastatur. Wir gehen auf Einstellungen. Gehen jetzt auf NetHook und Internet. Ich glaube, das ist auch relativ selbsterklärend. Und jetzt steht da ein Haufen Müll, den wir eigentlich nicht brauchen. Wir überspringen das Ganze und gehen erst mal auf Change Adapter Settings. Da wird sich jetzt mal dieser Tab hier öffnen. Was ich hier machen wollen würde, ist auch recht simpel. Wir gehen auf euren Anschluss. Ihr habt jetzt Internet oder Ethernet, äh, oder Ethernet halt. Ich habe jetzt Ethernet, rechtsklick drauf, deaktivieren. Das könnt ihr nur, wenn ihr ein Administrator seid, also scheint sicher, dass ihr Administratoren seid. Jetzt seht ihr, dass das deaktiviert ist. Wir warten ein paar Sekündchen, gehen wieder auf Aktivieren. Das dauert jetzt auch seine Zeit, ähm, bis das wieder angeschalten ist. Wenn das hier der Fall sein sollte, sehen wir eh schon. Punkt, Punkt, Punkt und Netzwerk. Wir sind wieder drin. Gut. Sind wir damit fertig. Das war so eine Art Reset, sage ich jetzt mal. Äh, wir gehen dann auf Network and Sharing Center, das drunter. Gehen hier drauf und klicken erst mal hier auf Troubleshoot Problems. Das heißt, wir verwenden Windows, um, ähm, jegliche Art von, ähm, Netzwerkproblematik auszuschließen. Oder wenn eine da ist, dass das Windows halt eben auch beheben kann. Das heißt, wir klicken mal darauf. Das sucht dann direkt, macht dann direkt eine Diagnose. Ähm, wenn es nichts findet, findet nichts. Wenn es etwas findet, dann wird es das wahrscheinlich Windows auch direkt wieder, äh, beheben. Gut, sind wir hier fertig. Gehen wir wieder auf, ähm, gehen wir hier auf Ethernet, auf diese, oder Internet, je nachdem, was bei euch jetzt blau ist. Ich habe jetzt Ethernet, deshalb ist es bei mir blau. Links klick drauf. Ähm, nächste Sache ist, wir gehen auf Properties oder Eigenschaften. Das könnt ihr wieder nur machen, wenn ihr Administrator seid. Eigenschaften anklicken. Dann öffnet sich dieses Täppchen hier. Täppchen. Wir gehen hinunter auf Internetprotokoll Version 4. Doppelklick darauf. Ähm, hier, Use the following IP Address. Ähm, hier gehen wir hier unten rein und schreiben vier mal die 8 hin. Und bei der DNS-Serveradresse, wenn ihr das auch machen wollt, müsst ihr das googeln. Das heißt, ihr geht in den Internetbrowser rein, sucht eure DNS-Serveradresse raus und gebt die dann hier auch wieder ein. Äh, wenn ihr damit fertig seid, geht ihr natürlich auf OK und, äh, könnt das hier auch mal schließen. Nächste Sache ist, äh, ich will auch, dass ihr auf Network Troubleshooter hier geht. Das detektet auch mal wieder Probleme. All Network Adapters, Next. Da sucht mal irgendwas. Wenn, ich lasse es jetzt nicht ganz durchlaufen, weil das wird den Rahmen des Videos sprengen. Äh, wenn das irgendwas findet, dann behebt das Windows wieder automatisch. Also auch relativ simpel. Sehen wir damit fertig. Will ich euch noch was Basics zeigen. Und zwar, äh, Wiedereinstellungen, ups, nicht ausschalten. Ähm, Update & Security. Klingt basic, hilft oftmals auch einfach eure Windows-Version updaten. Wenn ihr auf dem letzten Stand ist, habt ihr eh schon alles richtig gemacht. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann will ich, dass ihr, ähm, eure letzte Windows-Version herunterlädt, den neuesten Treiber herunterlädt, damit da auch, äh, jegliche Art von Problem, die in die Richtung gehen könnte, ausgeschlossen wird. Ähm, könnt natürlich auch euren Grafikkarten-Treiber upgraden, aber bringt sich's wahrscheinlich nicht so ganz. Gut, wenn ihr damit fertig seid, dann will ich, dass eurem PC neu startet, um auch, ähm, alles, dass es alles smooth läuft. Genau, damit sind wir auch schon fast am Ende des Videos angekommen. Ähm, was ich euch noch auf den Weg mitgeben könnte, ist, ähm, ja, ich kann nicht jedes Problem von jeder Person lösen. Ich habe auch schon hunderttausenden Leuten geholfen, äh, durch meine Videos. Also ich habe eine gewisse Expertise. Wie gesagt, ich kann nicht jedem helfen. Ich glaube, es geht nur um den Gedanken, dass ich helfen wollen würde. Ähm, deshalb appelliere ich an euch. Vielleicht geht's bei euch auch nur um den Gedanken, um die Moral. Lasst mir bitte vielleicht ein Abo da, das wird mir extrem weiterhelfen von der Journey hier auf YouTube. Und, ähm, ähm, genau. Wenn ihr ein Problem habt, ein genaueres oder ein spezifisches, könnt ihr mir auch gerne einen Kommentar schreiben. Ich nehme mir die Zeit und versuche ihn so gut es geht zu beantworten. Wenn ihr ein riesiges Problem habt, können wir das natürlich auch über Discord lösen. Ähm, ja, das schreibt mir auch einfach gerne in die Kommentare. Sonst einfach für den Algorithmus ein Like da lassen. Ähm, ein Abo da lassen würde mich extrem, extrem, äh, freuen und mir weiterhelfen. Ähm, aber das sollte auch genug geplaudert gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt alle noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal.